Die Hölle ist angeblich eine Grube bzw. das Grab des Menschen. Die Zeugen Jehovas gebrauchen auch das Wort Hölle nicht, denn sie nutzen hierfür Begriffe wie Hades, Sheol oder Gehenna. Sie übersetzen diese Begriffe nicht, sondern belassen sie im Original, weil sie dadurch Verwirrung stiften wollen. Der Begriff der Hölle ist aber ein ganz einfaches Konzept. In den Fußnoten der englischsprachigen 1984er Version der Neuen Weltübersetzung erklären die Zeugen Jehovas jedoch seltsamerweise, dass mit Sheol Inferno gemeint sei. Inferno bedeutet aber im Feuer sein. In der 2013er Revision steht nur noch der Begriff Grube geschrieben. Es wurde Sheol in Grube bzw. Grab verändert. Auch heißt es jetzt nicht mehr, dass Gott meine Seele nicht in der Grube lassen soll, sondern er soll mich nicht dort lassen. Die Bedeutung des Bibelferses wurde also komplett verändert, um die von Menschen gemachte Lehrmeinung der Zeugen Jehovas zu bestätigen. In ihrem Glossar der Neuen Weltübersetzung schreibt die Wachtturm-Gesellschaft, dass mit Grube, wenn der Begriff in Großbuchstaben geschrieben steht, wie hier der Fall, die gemeinsame Grube der ganzen Menschheit gemeint sei. Angeblich sei diese mit dem Wort Sheol gemeint. Dadurch, dass die Zeugen Jehovas keine Übersetzung dieses Begriffes angeben, erhalten sie die Oberhoheit darüber, was er bedeuten soll. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.